Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit den lateinamerikanischen Nationen und der Solo-Sieg Challenge. Wir haben Tag Nummer 25 und wir stehen auf Rang 5 mit 161 Punkten. Und der Krieg gegen Argentinien und gegen Norwegen ist in vollem Gange und es gibt weitere Erfolgsmeldungen aus diesen Fronten zu vermelden. Wir haben zum einen in dem Krieg gegen Argentinien das erste Schlachtschiff versenkt. Und leider nutzt Argentinien da öfters mal Goldmark, um die so ein bisschen noch zu pushen im Leben. Das heißt, die haben aktuell noch ein bisschen mehr Zeit gewonnen, was jetzt kein Problem sein sollte. Aber es verzögert eben das Ende so ein bisschen. Ich sehe gerade, sie wollen hier mal eine Kreuze angreifen. Haben aber eins versenken können, dank des Einsatzes von Bombern, Eisenbahngeschützen und Kreuzern und auch der Arti. Sie waren hier zu nah dran gefahren aus irgendeinem Grund und haben sich dann versenken lassen. Das heißt, wir sollten in der Lage sein, das hier alsbald auch dann zu besiegen. Ich bin gerade irgendwo hier im Menü gelandet, so. Und wenn sie einmal nicht reinschauen, dann werden wir das versenken und dann auch noch die Kreuze einsetzen. Wir haben leider einen verloren, ist aber jetzt nicht vermeidbar gewesen und ist auch der erste und bislang einzige Verlust von jeglichem militärischem Gerät hier in diesem Konflikt. Die Verluste für Argentinien soweit auch relativ hoch. Noch nicht gerade an Infanterie, aber an Arti. Sie haben drei weitere Artis verloren hier bei Cocotá. Ich weiß nicht, warum sie die nicht einfach mal zusammenführen. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt, der mir Hoffnung macht. Argentinien ist nicht so unfassbar gut in der Positionierung, wissen wir bereits. Und das ist für uns ein gutes Zeichen. Denn das können wir auf jeden Fall ausnutzen und tun das auch bereits. Und von daher sollten wir in der Lage sein, hier, wenn wir mit den Schlachtschiffen fertig sind, dann auch hier richtig hart reinzuhauen gegen der 158. Armee. Und diese ganzen Artis werden Opfer werden unserer geballten Feuerkraft. Das Problem ist aktuell, dass Argentinien hier mit Norwegen sehr, sehr eng kooperiert. Und Norwegen auf jeden Fall, jetzt wissen wir das auch, Goldmark-Einheiten hat. Denn sie hatten hier vorhin vier oder fünf U-Boote noch gehabt, extra in der Karibik. Die auch schon Tage vorher da angekommen sein müssten. Und die haben unsere zwei Kreuzer hier versenkt, aber selbst auch zwei oder drei U-Boote verloren. Dank unserer Bomber und unserer eigenen Gegenoffensiven. Das heißt, sie haben da auch toll mit für bezahlt. Aber natürlich heißt das, dass Norwegen hier vermutlich ein unendliches Supply hat an Schiffen. Denn das waren ja nur die Schiffe, die bereits hier sind. Und das war schon mehr, als sie eigentlich haben dürften. Da wird noch viel, viel mehr da sein. Und auch hier drüben in Europa wird noch einiges sein. Die sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt, was, ich sag mal, Goldmark und Einheiten angeht. Das heißt, da bin ich aktuell so ein bisschen am Aufpassen, wie ich genau damit umgehen will. Wir werden mal schauen. Ich bin gerade noch nicht ganz sicher, wie ich das jetzt machen will. Konkret mit ihnen, weil das natürlich eine Bedrohung ist für uns. Wir können da nicht sehr einen symmetrischen Krieg führen. Es ist eher asymmetrisch. Wir müssen eben unsere Truppen so einsetzen, dass wir keine Verluste haben, während wir Norwegen so viele abziehen wie möglich. Ist natürlich klar. Aber in dem Fall nochmal umso wichtiger. Sie werden jetzt auch hier Santo Domingo und bald auch San Juan einnehmen. Auch Kingston wird fallen. Sie haben jetzt hier eine erfolgreiche Offensive gefahren. War ja auch klar, wir hatten hier keine Verteidigung, wir hatten keine Zeit für EBGs oder so dort. Das war von Anfang an klar, dass wir hier nicht verteidigen würden in einer Defensivsituation. Ich wollte theoretisch meine Bombe einsetzen, aber die hatten keine freien Flugminuten. Die waren hier konstant im Einsatz. Das heißt, die Inseln werden fallen. Ist für uns kein größerer Verlust. Wirtschaftlich können wir das mehr als aushalten. Kein Problem. Ist ja auch moraltechnisch da eher schwierig. Und wir haben sogar ein bisschen zurückgeschlagen hier. Und konnten hier vorher nochmal 4000 Truppen aus Argentinien zerstören in der Landung bei Santo Domingo. Das heißt, es ist okay. Das kostet Zeit für sie. Das sind keine wichtigen Ziele. Sie wasten damit ihre Einheiten, die sie eigentlich hier gegen El Tigre schmeißen könnten. Für mich ist das kein Problem und verzögert nur diesen Krieg. Wir haben auch weiter jetzt den Rückzug abgeschlossen aus dem Bereich hier im Norden Südamerikas. Das sind jetzt die letzten Truppen, die da sind. Die werden tapfer hier zurückbleiben und uns Zeit erkaufen. Soweit machen die das super. Wir haben bisher gerade mal hier auch 4000 Truppen verloren. Den ganzen Tag im Bombardement, also Level 5 Festung einfach super. Und das hat uns eben genug Zeit gegeben, um hier die Marine zu zerstören und auch um deren Einheiten hier zu behaken. Also von daher tolle Arbeit an die Truppen dort unten. Wir setzen auch unsere Flieger ein im Kampf gegen die Artillerie. Die machen da zwar nicht so viel Schaden. Die wurden ja nochmal ein bisschen genervt, was den Schaden angeht von einem halben Jahr. Aber die können trotzdem gerade in kleineren Mengen durchaus hier mal die ein oder andere Art hier auch weghauen. Und das machen wir eben gerade. Und wenn sie da so unvorsichtig stehen, dann nutzen wir es eben auch schamlos aus. Also genau, das machen wir auch. Wir werden dann auch später noch dieses eine Schiff hier versenken, diesen einen Kreuzer. Vielleicht mit dem EBG mal schauen, wie ich das genau machen will. Und dann werden wir zumindest nochmal eine ganze Tagesproduktion an Schiffen versenkt haben, was ein ganz guter Start ist. Denn wie gesagt, Schiffe sind die einzige Bedrohung für uns. Wir können sie eben nicht überall abwehren. Ich bin gerade dabei, zwei ganze EBGs zu bauen und einen Bomber. Also wir werden bald eine sehr starke neue Verstärkung bekommen. Aber bis dahin, also in zwei bis drei Tagen, müssen wir hier irgendwie unsere Küsten sichern und auch unsere Fabriken. Und das können wir gegen Schlachtschiffe gerade nur wirklich eher schwierig. Das heißt, da muss ich mal schauen, was genau ich da machen will. Wir haben auch noch die Lage mit der Inversionsflotte hier. Das sind alles einzelne Infanteristen. Habe ich vorhin mal mit dem U-Boot aufgeklärt. Die werden vermutlich hier irgendwo landen wollen, in Hamilton und oder in Columbia. Mal schauen, was da passieren wird. Wir werden es sehen. Sie haben auch jetzt hier noch ihre Kreuzer und Schlachtschiffe unterwegs. Da werde ich mal schauen, was ich da machen will. Ich bin hier gerade dabei, mit der Artis so ein bisschen hier vorn zurück zu tanzen, um sie vielleicht mal reinzulocken in meine Reichweite. Aber natürlich ist das Schlachtschiff da mit mehr Reichweite gesegnet. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich werde eventuell jetzt einfach meine Artis hier mal zurückziehen und nach Norden bringen, um zumindest hier den Gegenangriff zu fahren, die Einheiten zu zerstören. Das wäre ein toller Sieg. Dann könnten wir da zumindest hier ein bisschen sicherer stehen und dann hier oben einfach die rauswerfen und dann alles nach Süden werfen. Wir werden uns hier eh zurückziehen müssen, das ist klar. Ja, wir werden die Nordfront nicht halten können, nicht hier. Wir werden uns auf einen mobilen Krieg einstellen müssen. Aktuell verteidigen wir hart. Also wir haben eine harte Linie, weil wir das uns einfach erlauben können. Wir haben diese Möglichkeiten. Lief auch soweit super. Aber wir müssen dringend die Doktrin wechseln, weil wir werden hier irgendwann früher oder später outgunned sein. Und dann haben sie hier mehr Geschütze, schwere Einheiten. Da müssen wir uns einfach zurückziehen. Da macht eine harte Linie keinen Sinn und ist nur ein Risiko. Das heißt, wir werden uns hier zurückziehen. Wir werden Quebec, Kirkland Lake, Moulton, Halifax, Montpellier und auch Boston aufgeben. Wir werden Lansing und dann Washington DC erstmal halten. Washington DC war auch nur peripher. Das heißt, wir werden uns zurückziehen, aber dann von Columbus aus immer wieder Washington DC behaken und dadurch quasi eine Verstärkung dort unmöglich machen. Also wir werden ihre Truppen binden. Sie können dann von dort aus nichts machen. Sie könnten zwar Columbia angreifen, aber auch das können wir von Atlanta aussichern. Also quasi so eine komische mobile Linie werden wir aufbauen von Lansing nach Atlanta. Und dann eben hier immer wieder mal Washington DC und Columbia raiden mit mobilen Einheiten und damit ihre Schiffe so ein bisschen wertlos machen. Natürlich ist dann die Gefahr, dass wir weiter nach Süden gehen. Wir werden Orlando vielleicht nicht halten können. Mal schauen. Auch da könnten wir theoretisch mobil vorgehen. Aber auch dann ist natürlich der Golf von Mexiko da. Und auch der ist dann in großer Gefahr. Denn wir haben keine wirklichen Mittel, um hier irgendwie für Ordnung zu sorgen. Das heißt, wir müssen mindestens zwei Tage dieses Spiel spielen. Hoffen, dass sie nicht reinkommen. Und dann mit den EBGs hier irgendwie dann einfach die Gebiete absichern. Das ist die einzige Option, die wir haben. Und da werden wir auch weitere Eisenbahnen noch bauen müssen. Aber ich hoffe, das macht ungefähr Sinn. Denn ja, ich denke, diese Linie hier oben hat uns jetzt mindestens zwei bis drei Tage erkauft. Vermutlich noch mehr sogar. Aber die ist jetzt bald an dem Ende ihres Könnens angekommen. Und das ist okay. Die hat viel geleistet, die Linie. Wir haben uns hier super gehalten. Und jetzt ist einfach irgendwann nochmal Schluss. Ich werde mal ganz flugs und spontan hier mal, weil wir gerade dabei sind, hier mal zwei Einheiten abspalten. Wir dürfen mal hier nach dort gehen und das mal einnehmen. Ist ja gerade so ein bisschen günstig, ne? Wenn die jetzt nicht reagieren darauf, dann nehmen wir das einfach mal. Und ich muss auch sagen, ich weiß echt nicht, was die so genau vorhaben hier. Also generell, Norwegen, wie gesagt, wirklich komischer Spielstil. Also keine gruppierten Einheiten. Was ich ja immer sage bei Leuten, dass ein riesiges Problem ist, viele spielen ohne ihre Einheiten zu gruppieren. Ist ein Riesen-Error, weil das so viel Schaden verursacht. Ihr verliert so viel Potenzial. Und das hier oben ist, glaube ich, inzwischen einfach nur ein offensichtliches Täuschungsmanöver. Also einfach nur ein Zeitkauf. Und sie wollen meine Einheiten hier oben binden, um dann von Süden hier irgendwie eine Invasion zu starten. Ich weiß nicht ganz, was es soll. Ich nehme mal an, sie wissen einfach, sie haben auch durch Goldmark mehr Einheiten, mehr Produktion. Sie können einfach sich so ein Scharmützel hier erlauben. Sie werden einfach keine große, geplante Offensive führen gegen mich. Sondern einfach ganz viele tausend Stiche setzen, überall mal versuchen, mal schauen, wo es geht. Mal gucken, wo man landen kann. Da mal ein U-Boot, da mal ein Kreuzer. Und dann hoffen, dass das irgendwie klappt. Ich denke, das ist die Idee dahinter. Zumindest anders kann ich mir nicht erklären. Und das aber ist soweit für sie echt verlustreich. Wir können kurz schauen in der Zeitung. Wir sehen hier unsere Berichte. Wir haben soweit von ihnen 85.000 Truppen zerstört. Während die 70.000 unserer Verluste primär bislang nur Truppen waren hier auf den Inseln. Sie haben primär halt einfach die Truppen in Bermuda zerstört. Hier haben sie ein bisschen bombardiert. Sie haben die Inseln hier in der Karibik zerstört. Das waren nochmal 30.000, 40.000 Truppen. Also das waren die größten Verluste. Einfach diese Zeitkauftruppen, die nicht wirklich kampfbereit waren, die nicht ausgerüstet waren, leider, die wir nicht zurückziehen konnten. Die haben sie zerstört, aber bislang nicht gegen unsere großen Armeen gewonnen. Wir haben noch keine einzige Schlacht verloren bislang. Keine einzige Landschlacht haben wir verloren. Wir haben uns auf sowas genau vorbereitet. Das Problem ist, wir haben Limits. Also wir können das zwar ein paar Tage durchhalten. Wir haben mit der Idee eben auch gerechnet, hier unten eine Verteidigung zu machen. Aber nicht gegen zwei Nationen gleichzeitig. Das war immer Ziel unserer Politik, immer Ziel unserer Diplomatie, einen Zwei-Fronten-Krieg zu vermeiden. Hat nicht geklappt. Ist jetzt ein Problem, weil wir jetzt eben Ressourcen teilen müssen. Wir müssen die Flugzeuge hin und her schicken. Das ist aktuell das größte Problem für uns. Wir haben eben diese Möglichkeit, nicht uns hier einfach auszurufen. Wir müssen zwei Fronten gleichzeitig bedienen und das kostet viel. Vor allem der Seekrieg, der war ja zwar schon immer geplant als eher so ein 50-50, eher in favor von Argentinien. Aber mit den 30 Kreuzern aus Norwegen und den Schlachtschiffen und den U-Booten ist natürlich offensichtlich das Blatt gewendet. Wir haben trotzdem extrem viel erreicht. Wir haben viele Schiffe versenkt, mehr versenkt, als sie bei uns versenkt haben. Wir haben viele Einheiten dezimiert. Wir haben viel Spionage betrieben. Also bislang ist das für sie echt nicht so stark, was sie leisten. Also sie hätten deutlich mehr schaffen können, denke ich mal, im Vergleich zu dem, was wir bislang gemacht haben. Das ist schon ganz okay. Aber trotzdem, wir haben natürlich keine großen Hoffnungen mehr jetzt, was die Seekriegsführung angeht. Die Inseln werden verloren gehen. Wir werden da nichts mehr machen. Aber unsere Landkriegsführung, die ist super in Schuss. Wir haben hier unten unsere besten Einheiten. Die machen das aktuell absolut super. Ich sehe gerade, wir haben hier mal spontan die U-Boote wieder aufgedeckt. Drei sind es noch. Eins haben sie verloren. Okay, es waren nicht fünf, sondern vier. Ich weiß nicht ganz, was deren Ziel jetzt sein wird. Wir werden die mal so ein bisschen stalken. Die wissen vermutlich nicht, dass wir sie sehen. Wir könnten natürlich bombardieren, aber theoretisch sind die eigentlich kein großes Problem für uns mehr. Wir haben hier unsere zwei Kreuzer, aber durch den Panama-Kanal kommen sie nicht. Das heißt, da sind wir safe. Die Kreuzer hier werden dann wieder so einen Hinten-Run fahren gegen die Truppen hier. Wir werden mal stehen bleiben und mal schauen, was die machen. Und da werden wir einfach, wenn die jetzt hier El Tigre bombardieren, einfach sie bombardieren und hoffen, dass das gut geht. Und dann vielleicht versenken. Und dann werden diese Kreuzer erstmal diesen argentinischen Speer zerstören und dann vielleicht einfach mal hier die Galapagos-Inseln bombardieren. Warum nicht? Können wir ja machen. Und dann wieder einen Blick werfen auf Australien. Die sind nicht aktiv gegen uns. Sehr schön. Und dann mal schauen. Ich werde vermutlich hier mich dann nicht mehr wagen durch den Panama-Kanal wegen der U-Boote. Wir werden dann diesen Kreuzer noch ausschalten. Vielleicht noch diesen hier. Hier sind noch mal fünf. Die werden ein Problem sein. Und dann müssen wir hier oben schon unseren Rückzug antreten. Also ich nehme mal an, morgen werden wir hier uns, oder vielleicht schon heute Abend, werden wir uns hier generell zurückziehen aus Kirkland Lake. Wir werden noch ein bisschen bombardieren. Wie gesagt, ihre Verluste steigen immer weiter. Das kostet sie extrem viel hier. Es macht für sie keinen Sinn. Sie haben bislang immer noch keine Artis. Sie bringen nur einzelne Infanteristen heran. Das werden zwar langsam immer mehr. Also ihre Truppenzahl wächst hier auch beträchtlich. Und sie würden auch bei dieser Rate irgendwann in der Lage sein, uns hier auch anzugreifen erfolgreich. Sie haben ja auch bereits Schaden angerichtet. Aber mit unseren Reinforcements wäre das theoretisch ganz safe. Also wenn sie das hier nicht hätten, würden wir morgen hier eine große Offensive starten, um das einzunehmen. Inzwischen glaube ich nicht mehr dran. Einfach weil der Rückzug jetzt bald nötig wird und sie auch bereits hier sind und auch bald landen werden. Sie haben bereits 6000 Truppen hier bei Halifax. Da werde ich vermutlich noch rechtzeitig ankommen mit dem U-Boot. Wir werden dann vermutlich ein paar zerstören, aber danach werden sie angelandet sein. Aber dann ist in 40 Minuten der Kreuzer fertig. Und warte mal, 40 Minuten. Uh, das ist aber nicht so gut. Ähm, hm, 40 Minuten ist ziemlich bald. Und das sind jetzt hier noch, äh, uh, uh, wir müssten den vielleicht abbrechen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich hätte gehofft, dass wir den noch nehmen können. Ähm, mal schauen. Wir können die auf jeden Fall zerstören. Das wird für sie ziemlich nervig sein, weil sie sich erhoffen, dass sie das hier einnehmen können bereits heute. Wir werden eventuell das U-Boot und den Kreuzer opfern. Ist es das wert? Ich denke schon. Das U-Boot ist ja jetzt eh schon angeschlagen und hat nicht mehr wirklich viele Optionen hier. Aber mit der Chance können wir spielen, dass wir einen von beiden retten könnten, dafür die Landung bei Halifax verzögern und dafür hier oben noch einen weiteren Tag stehen können. Also ich denke, das macht schon Sinn. Wir machen das erstmal, genau. Wenn wir jetzt nämlich Halifax verlieren, dann können sie hier landen, ohne Probleme, auch schneller. Aber wenn die Truppen jetzt zerstört werden, haben sie erstmal keine Chance. Also ich denke, das macht Sinn. Ich hätte es schon früher machen sollen. Das wäre mein Fehler gewesen. Aber ich denke, das ist okay. Ich denke, der Kreuzer kann da einen Tick überleben. Und wenn sie es nicht direkt sehen, dann werden sie hier Verluste erleiden. Und dann auch die Landung eben dezimiert werden. Das heißt, ich denke, das ist okay. Wir werden es mal so passieren lassen. Das U-Boot ist eh zu langsam jetzt und wird auch nichts mehr erreichen. Wir werden das erstmal einfach so hinnehmen müssen. Hamilton kommt dann noch eine Einheit dazu. Irgendwann mal in zwei Stunden. Ja, das ist gut. Dann können wir nochmal einen Blick werfen, auf was hier alles so ankommt. Nassau ist eh verloren. Da werden wir uns mal zurückziehen von. Obwohl, das können wir auch einfach bombardiert werden lassen. Das macht eh keinen Unterschied. Wir werden es mal machen. Aber die Truppen werden vermutlich nicht überleben. Wir haben hier über den ganzen Ostteil der Karibik keine wirklich aktive Kontrolle. Wir werden aber hier um El Tigre und in dem ganzen Bereich hier hoffentlich bald bessere Kontrolle haben. Denn wir sind ja bald mit den Schlachtschiffen fertig. Dann werden wir uns auf den Kreuzer stürzen. Dann auf die U-Boote und oder auf die A-Team mal schauen. Aber das ist, denke ich, alles für uns möglich. Und die Bomber sind ja auch aktuell super wertvoll für uns. Wir haben hier deren Bomber zerstört. Sie haben keine Flugzeuge, wie mir scheint. Das heißt, wir haben hier volle Lufthoheit. Wir haben volle Hoheit hier auf See auch um uns herum. Theoretisch zumindest eben mit den Geschützen. Und ja, damit sollte das möglich sein, das hier zu überleben. Fürs Erste. Ich gebe auf jeden Fall unsere Siegambitionen noch nicht auf. Aber mir ist klar natürlich, dass die Lage schwierig ist. Und das wird sehr dynamisch werden. Wir werden uns sehr weit zurückziehen müssen. Wir werden hier viel machen müssen. Wir werden hier Linien etablieren müssen im offenen Gelände. Wir werden manche Städte nicht halten können, wie zum Beispiel eben auch Washington DC. Das heißt, da bauen wir darauf, dass wir einfach so gut und aktiv sind, dass wir einfach so ein bisschen hin und her ziehen können, wie bereits erklärt. Und das für sie so frustrierend wie möglich machen. Das ist natürlich auch die kleine Chance. Besteht jetzt einfach aufgeben oder so. Mal schauen, ob das passieren wird. Auch Argentinien, da ist mein Ziel eben auch die Verluste so hoch zu halten wie möglich. Sie werden es eben nicht schaffen können, El Tigre einzunehmen. Wir haben hier mehr ATI, wir haben hier eine Festung. Wir stehen hier mit Eisenbahngeschützen, Bombern, Flugzeugen, allem. Sie werden uns da eigentlich nicht bekämpfen können. Wie wollen sie das machen? Wie wollen sie El Tigre einnehmen? Es gibt eigentlich keine Option, außer eben ein gewaltiger Marine-Push. Und der ist fürs Erste zumindest abgewehrt. Fürs Erste. Aber natürlich ist hier oben noch eine Gefahr, auch eben in der Karibik. Müssen wir schauen, was da passieren wird. Aber sie haben noch keine großen Invasionsflotten da. Also ich denke, mit dem Angriff auf Argentinien sind wir ihnen ganz gut zuvor gekommen. Wir haben hohe Verluste verursacht. Norwegen dagegen macht so ein bisschen alles. Natürlich wird jetzt klar, dass diese Aktionen alle lange geplant waren, weil die U-Boote auch bereits da waren. Das muss ja alles schon vor mindestens, ich sag mal, fünf, sechs Tagen losgegangen sein. Also die Planung, mich anzugreifen, ist bestimmt schon über eine Woche alt. Ich weiß auch dank Spionage, dass Wegerecht besteht zwischen Argentinien und Norwegen. Das heißt, die beiden hatten schon lange geplant, mich anzugreifen. Das war alles schon lange absehbar. Da gab es nie eine Option auf Frieden. Niemals, in keiner Welt. Die beiden arbeiten zusammen und die werden auch hier auf jeden Fall Australien hochkant herauswerfen. Das ist komplett irrelevant, was da passiert. Das ist alles der Plan gewesen. Norwegen mit dem Norden, sie den Süden und damit gewinnen sie die Runde. Das heißt, wir wussten hier von Anfang an Bescheid. Wir waren mit einer ganz guten Ahnung reingegangen eben darin, dass Argentinien doch gar nicht mehr so vertrauenswürdig ist. Und das haben wir jetzt bestätigt. Genau. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.